Servus, grüß euch, ich bin hier beim östlichen Höhenweg in Aschau. Die Krähen freuen sich heute über den wunderschönen Tag, ich mich natürlich auch. Dieser starke Regen hat jetzt mal aufgehört. Vom östlichen Höhenweg hat man auch einen ganz tollen Blick hier rüber auf die Burg und aufs Zellerhorn. Da hinten, es müsste der Laubenstein sein, der lucht da hervor. Ich glaube, das ist so ein vergnüglicher Tag heute. Es sind einige Leute unterwegs, es macht jetzt auch wieder Spaß. Nicht nur im peitschenden Wind und Regen zu gehen, obwohl man das natürlich auch hin und wieder machen kann. Es ist ja nicht gerade ungesund. Also was ich hier unheimlich schön finde, sind diese wunderschönen Häuser hier überall. Die sind wirklich absolut einsame Spitze, diese Häuser. Da können auch starke Stürme wenig Schaden anrichten. Da raucht es zu schön raus aus dem Kamin. Hier, da unten ist die evangelische Kirche. Da habe ich derweil auch nichts mehr zu berichten. Ich gehe jetzt hier einfach diesen Weg weiter.